Dax Shepard ist damit einverstanden, dass Christen Bell jederzeit Drogentests von ihm verlangen darf. Der C.H.I.P.S. Darsteller enthüllte, dass er nach 16 Jahren der Abstinenz von Drogen und Alkohol einen Rückfall hatte und seitdem zahlreiche Drogentests im gemeinsamen Haus aufbewahrt, falls seine Ehefrau wegen dem Thema nervös wird und damit die beiden somit ehrlich miteinander umgehen können. Christen erklärte in einem Interview mit dem Self-Magazin. Er meinte, du kannst mich auf Drogen testen wann immer du willst. Ich werde ein paar Tests kaufen. Ich werde sie im Haus haben. Falls du nervös sein solltest, will ich, dass du Zugang dazu hast und dann werde ich das machen, ohne Fragen zu stellen. Bisher soll die 40-jährige Schönheit noch keine Test von ihrem Mann verlangt haben und ist sich sicher. Dass Dax sein Bestes gibt, um sich von Alkohol und Drogen fernzuhalten. Christen fügte hinzu, er ist einfach gut darin, es zu probieren und das ist alles, was man von jemandem verlangen kann. Keiner ist perfekt. Er hat mir bewiesen, dass er sich dazu verschrieben hat, sich weiterzuentwickeln und er liebt persönlichen Wachstum. Geist. 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 Geist.